Vollkontakt bis 81 Kilogramm. Marek Piotrowski Polen gegen Koroli Holcz Ungarn. Marek Piotrowski Polen gegen Koroli. Marek Piotrowski Polen gegen Koroli. Koroli, 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 Koroli! Koroli, 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 Kor Eine kleine Blutung auf dem Nasenrücken. Sieht so aus, als hätte er einen Stoß mit dem Ellenbogen abbekommen. Sieht so aus, als hätte er eine kleine Blutung abbekommen. Der starke Pulle sucht jetzt natürlich seine Chance, den Kampf vorzeitig zu beenden. Der Kampf wird von der ungarischen Ecke aufgegeben. Der erste Weltmeister in Vollkontakt für Polen. Die drittplatzierten Johnny Andreasson Schweden und Sokrates Karaites Griechenland. Die dritte Weltmeister in Vollkontakt für Polen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.